Ich will doch einfach nur dazugehören, stark sein. Warum liebt mich keiner? Ich bin für alle nur ein violetter Klumpen. Immer muss ich in diesem Reagenzglas sein. Es ist ja viel zu eng. Wo, wo ist meine Mutter? Ich vermisse sie. Liebt mich jemand? Ich bin so ganz allein, ganz allein. Dieses kalte Glas spendet keine Liebe. Es bedrängt mich. Warum hilft mir keiner? Mutter, wo bist du eigentlich? Und kommst du endlich wieder? Ich merke, wie das Glas immer enger wird. Es geht mir nicht gut. Ich möchte doch frei sein. Endlich holt mich jemand aus diesem kalten Gefängnis heraus. Aber was tun sie dort? Sie tun mir weh. Sie verpassen mir Elektroschocks. Ich fange an zu weinen, aber sie machen weiter. Diese Menschen hinter den Glasscheiben mit dem weißen Kitteln. Obachte mich nicht so. Warum hilft mir denn keiner? Ich kann mich nicht mehr wehren. Mir fehlt einfach die Kraft. Plötzlich gab es eine laute Explosion und das Labor fing an zu brennen. Aber wieso? Ich sah mich um. Es war nichts zu sehen. Einige Behälter mit organischen Materialien platzten und das grünliche Wasser floss auf dem Boden. Ich bekam keine Luft mehr und mir wurde schwarz vor Augen. Nach einiger Zeit wachte ich auf und ich fühlte mich komisch. Ich hatte plötzlich zwei Beine und zwei Arme und einen ganzen Körper. Und ich hatte einen merkwürdigen Anzug an mit einer violetten Airgrosche. Was hat das zu bedeuten? Doch dann tauchte ein Gedanke auf, der mich nicht wieder losließ. Wir brauchen eine Armee. Unsere Klone müssen perfekt werden. Ich kann nicht zulassen, dass alles so endet. Was ich begonnen habe, muss ich auch beenden schließlich. Es war der Traum meines Schöpfers, das perfekte Pokémon zu erschaffen. Jedoch, naja, musste ich seinen Platz einnehmen, um nun seinen Wunsch zu erfüllen. Ja, Leute, wie ihr merkt, ich bin wieder da. Und ja, es fehlte einfach, glaube ich, die Motivation, wieder was hochzuladen. Und jetzt ist sie wieder da. Und ich versuche es jetzt auch mal ein letztes Mal, den Channel irgendwie wieder zu leben, zu erwecken. Ich weiß nicht, was Tim macht. Also, er zockt wahrscheinlich den ganzen Tag mit seinen komischen Menschen. Na ja, bis dann, Leute. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.